Das nächste Lied heißt Tim Ken, das ist natürlich von mir geschrieben. Also ich glaube, ich sitze da bloß immer da hinten am Schlagzeug und kann nix anders. Das Lied ist von mir. Danke, sowas tut gut. Ja, das heißt Tim Ken, Tim Ken bedeutet Dosen quasi, also wo man was rein tut, wie Ananas-Dosen oder Fisch-Dosen, was auch immer, oder Oliven-Dosen. Und das erinnert mich an was, Katzenfutter ist auch ein Dosen und meine Katze ist vor eineinhalb Wochen gestorben. Das ist natürlich schon traurig. Die war elf Jahre lang Begleiterin meines Lebens. Zeitweise sogar die einzige Frau in meinem Leben. Also, meine Mutter, die ist immer da, aber wie gesagt, es geht einfach darum, dass man sich ein bisschen auseinandergerissen fühlt. Wegen einer Person. Liebt man es vielleicht, oder vielleicht ist die Person weg. Es geht um Auseinandergerissenheit. Präsentiert von Thomas Thummer. Vielen Dank. Nein, ich wollte gerade vier bringen jetzt. Nein, sorry. Wasser ist nur zu tan. Aber ich trinke natürlich Wasser. Kommen wir. Der hat das falsche Instrument. Das ist das. Er spielt Bass bei ihm. Wir sind Bassist. Sehr gut. Sehr gut. Du bist schnitzig. Du bist schnitzig. Du bist schnitzig. Das ist das. Du bist schnitzig. And I don't know why I can't open it Rain is in a tin can And I don't know why I can't use it Fingers won't do the things that I want Until you go And don't smile at me anymore Don't you seem to reach my body Don't you dare 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020